ja hallo hier ist wieder julian von der selbstversorgerfamilie nordfriesland heute möchte ich euch noch mal was über steinpilze verraten also ein paar tipps und tricks geben wie ihr steinpilze findet auf jeden fall finde ich so hier steinpilze das sind ganz simple erfahrungswerte uns hat es immer gewundert im wald finden wir alles mögliche an pilzen aber keine steinpilze hier nordfriesland ist das irgendwie so wir haben wir wirklich noch nie im wald ein steinpilz gefunden also das maximalste vom weg entfernt waren fünf meter also irgendwie brauchen die steinpilze in nordfriesland offensichtlich immer eine art weg oder einen einen feldweg ein geteerter ich habe nirgendwo mehr pilze gefunden als an geteerten feldwegen naja nun wollen wir mal gucken ob wir hier ganz zufällig natürlich ein steinpilz finden so gleich mal für die leute die abschneiden entweder man schneidet sie ab oder man nimmt sie so raus der ist nun schon sehr wässrig drin kann ich so gesehen gar nicht sehen ob man da überhaupt noch was von benutzen kann aber vielleicht vom hut der scheint noch ziemlich fest zu sein mit den steinpilzen ist es auf jeden fall so die brauchen immer irgendein baum in der nähe hier sind es meistens eichen mit denen sie eine symbiose eingehen also die ist wurzelgeflechterte mycorrhiza ja ich muss erst mal überlegen ist ja auch nicht so wichtig auf jeden fall müssen die immer eine symbiose eingehen das kann man sich ungefähr so vorstellen der pilz fragt den baum jetzt eine eiche ist eine kiefer eine fichte oder eine buche das sind auch glaube ich die einzigen bäume die funktionieren so ja hast du lust mit mir eine symbiose einzugehen und die wurzel vom baum sagt dann irgendwie ja oder nein ja und dann wachsen da steinpilze oder nicht das ist ausschlaggebend deswegen ist es offensichtlich auch so schwierig steinpilze zu züchten weil man hat es noch nicht hingekriegt dass das wurzelgeflecht und und die wurzel vom baum sich unterhalten oder ich weiß sie können das noch nie übersetzen keine ahnung kann man sich nur was zu ausdenken auf jeden fall ist hier so eine stelle an diesem graben da haben wir schon sehr viele pilze gefunden steinpilze gefunden wir haben nur dieses jahr eben ein sehr schlechtes pilz ja und sehr spätes pilz ja es war sehr merkwürdiges wetter hier erst viel zu warm denn viel zu trocken jetzt auf einmal die ersten bodenfröste da ist sowieso dann eigentlich von auszugehen dass man nicht mehr allzu viel findet also hier an diesen stellen haben wir tatsächlich schon ungelogen pizza große steinpilze gefunden die dann leider auch nicht mehr zu verwerten sind man kann sich vorstellen wenn der pilz so groß ist ist er total mit wasser voll gesogen und total matschig und hat auch wirklich keinen guten geschmack mehr und also meine lieblings pilze sind eigentlich die 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 so sage ich faust groß und bisschen größer sind dass die haben die besten geschmack die lassen sich auch am besten trocknen das kann ich auch noch mal in einem video zeigen wie ich die pilze trockne das ist nämlich auch gar nicht so einfach da gibt es auch verschiedene möglichkeiten und also meine erfahrung ist dass in einem dörrgerät das am besten funktioniert alles andere ist doch recht schwierig weil man braucht immer eigentlich eine konstante temperatur oder das erzähle ich noch mal in einem anderen video hier haben wir jetzt noch eine kleine marone gefunden die nehmen wir auch noch mal mit die sieht nicht mehr gut aus seht ihr das die schon so grau hier unten wird das ist nichts mehr mal gucken ob der besser aussieht hier ist zwar nur noch zur hälfte aber sieht gut aus auch diesen pilz würde ich jetzt persönlich lieber stehen lassen es gibt auch so spezialisten die pflücken nur die gut sollen sie ja machen also für mich ist das nichts aber schön dass er trotzdem und vor allen dingen im wald seien bei so einem licht das ist schön ob da nun pilze stehen oder nicht einfach ein bisschen im wald auch den kann ich ja nicht einfach so stehen lassen mal gucken vielleicht ist er ja noch gut sind auch die schnecken dran ja den pflanzen wieder ein nichts passiert ja hier ist wieder so eine unser lieblings steinpilz stellen hier haben wir immer welche gefunden hier werde ich auch bestimmt jetzt noch welche finden und auch hier sieht man wieder am wegesrand ganz klar am wegesrand da ist ein schöner das ist genau so muss ein steinpilz aussehen passt genau in die hand das sind die besten die brauchen einfach nur klein schneiden und genießen natürlich hier bei dem lauf extrem schwer zu sehen da sie auch dieses jahr so spät es sind normal haben wir um die jahreszeit gar keine mehr gefunden aber es ist eben immer das wetter was so eine große rolle spielt da haben wir noch ein gut da ist eine schnecke drin deswegen sollte man doch immer ein messer mit haben was auch wichtig ist man sollte die pilze wenn möglich vor ort und stelle putzen weil dann bleibt nämlich das wurzelgeflecht auch mit da die hatte ich hier schön eingebohrt ausgebaut höhle ja ansonsten ist ja noch gut der sieht gut aus der auch der ist wirklich vorzeigepilz hier doch das braune einfach mal weg schneider das macht man ja nicht mit essen ein bisschen die gras halme noch ab ja schöner steinpilz hier jetzt meine fünf tipps wie ihr am besten steinpilze findet in nordfriesland hier ist es jedenfalls so dass wir steinpilze nur an wegesrändern gefunden haben seien das nun feldwege oder waldwege nur am rand im wald selber haben wir nie welche gefunden zweiter tipp die baumsorte meistens wachsen sie hier wie man hier sieht unter eichen die eichen sollten auch schon ein gewisses alter haben so eine junge eiche die vielleicht 30 40 jahre habe ich auch noch nie steinpilze oder gefunden aber vielleicht manchmal wachsen die dann treiben wieder neu aus und da hat vorher eine alte eiche gestanden wichtig ist natürlich auch immer das wetter es sollte viel geregnet haben wirklich viel geregnet haben nicht zwei drei kleine schauer sondern wirklich viel geregnet im herbst natürlich auch zum ende des sommers funktioniert manchmal auch schon es darf danach nicht zu warm und nicht zu kalt sein ist unsere feststellung so temperaturen wie jetzt tagsüber zehn grad nachts ging es zwar jetzt schon mal runter bis an gefrierpunkt aber so richtig bodenfrost hat man noch nicht aber wenn es mal einmal richtig friert danach haben wir auch keine pilze mehr gefunden ja und tipp 4 ist die wachsen die steinpilze wachsen immer da wo man schon mal welche gefunden hat also die sind wirklich sehr standort treu ist ja auch logisch die funken ja mit der wurzel vom baum und dann wandern sie ja nicht 500 meter weiter also man findet natürlich immer neue stellen aber auch da wachsen jedes jahr wieder welche wir haben also das selten erlebt dass an den stellen keine gewachsen sind um ich will jetzt nicht ausschließen dass andere pilzsammler die vielleicht vor uns gefunden haben so der fünfte tipp die bodenqualität das ist auch noch so eine sache also die brauchen einen bestimmten ph wert erkennt es meistens ganz gut daran da ist wächst nicht viel hohes gras sondern eher moos also wo moos ist viel moos ist sind die aussichten unter eichen und buchen und fichten und kiefern ziemlich gut was zu finden das waren meine fünf tipps wo ihr am besten steinpilze findet ich hoffe sie helfen euch irgendwie bis denn sage ich tschüss